Hallo! Guten Tag! Guten Tag! Hallo Gitsch, Chris! Hallo! Was machen wir hier? Das frage ich mich auch, was wir hier machen. Ja, also wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen hier unsere Bude hier ein bisschen sortiert, ein bisschen auch vordermann gebracht, weil das ein bisschen scheiße außer alles. Jetzt aber liebe Freunde, sortieren wir hier noch die letzten Sachen ein. Und dann geht das, das weiß ich auch nicht, was wir dann machen. Irgendwas machen wir dann. Ja, da müssen wir zusehen, dass diese Kisten gefüllt werden. Ja, wir brauchen noch mehr Diamanten. Wir haben nur 10 Diamanten. Das ist sehr, sehr wenig. Und wir brauchen noch eine Diamanten-Spitze. Und wir brauchen Leder und, wir haben ja einiges Leder haben wir ja. Aber wir brauchen... Ja, das habe ich da auch reingeschmissen. Das ist die Eichensitzung, das war alles gar kein Mensch. Zuckerrohr, Weizensamen. Ich habe hier ein paar Schienen, das braucht alles auch wirklich. Ja, du kannst ja auch schon mal unter Tage gehen, hast du... Oder wie ist das meine Bruder hier so leer? Ja, dann weiß ich auch nicht, was du da machen sollst. Ja, aber das ist dann für irgendwann geplant, dass wir die Bude mal ein bisschen einrichten. Erstmal müssen wir jetzt irgendwas haben, damit es hier losgeht. Was müssen wir denn mitnehmen? So ein paar Spitzhacken wären wahrscheinlich ganz gut. Gehen wir unter Tage? Was machen wir, Chris? Chris, jetzt sag unseren Zuschauern und wir bitte, was machen wir? Ja. Ich würde sagen, was würde ich denn eigentlich sagen? Ja, also ich würde ja weiter farmen. Also ich glaube, wir brauchen echt dringend... Farmen holt es einfach. Also ich brauche erstmal Grafik-Update hier mit 40 Frames, 60 Frames. Ja, ich kenne auch jemanden, der braucht das auch immer. Grafik-Updates. Also wenn das hier nicht mit... Ach, die Sonne geht auch, glaube ich, gerade auch. Das ist genau das Richtige. Jetzt können wir nämlich gleich los. Hier, die Sternzerstörer sind auch wieder im Himmel da unten draußen. Kriegt schon wieder irgendwelche Zombie-Gedönse. Wie ist denn das eigentlich mit zum Zombie? Können wir uns nicht so ein Zombie mal zu Hause halten? Das geht doch auch irgendwie, ne? Doch, klar, wenn wir irgendwie... Ne, doch. Wir müssen da reinlocken und dann ihn irgendwie zubauen und ein paar Gitter da reinmachen, dann... Genau. Aber das machen wir nicht jetzt. Ne, das machen wir nicht jetzt. Außerdem bin ich doch hier einsortieren. Ja, du kannst schon mal unterteilen gehen. Also wir brauchen nach wie vor relativ viele Diamanten. Das wird sich leider nicht ändern lassen. Geh mir unsere alte Bude oder was? Warum pack ich denn das hier rein, sag mal. Ähm, ja, entweder eine alte Bude oder du suchst hier eine neue Bude, keine Ahnung. Das ist mir eigentlich relativ schmurzpies. Obwohl, ich brauchte aber keine Hacke. Ich nehme jetzt eine normale Hacke mit und immer eine Diamantenspettacke. Wir haben noch ein Schwert. Ich hab noch eine Schaufel. Musst du erstmal reichen, ne? Hackeln, ich könnte noch Fackeln gebrauchen. Wir brauchen aber Holzschwege. Ganz wichtig ist auf jeden Fall immer Fackeln mit mir. Was ich hier schon alles weiß, wie man das alles zusammenbaut, finde ich schon wieder erschreckend. Ich finds erstaunlich, dass du hier das alles schon mecken kannst. Das ist doch großartig. Ich muss dir nicht so viel erklären. Aber? Alter, wo ist denn eigentlich diese Spinne, die hier die ganze diese Scheißgeräusche macht? Die muss ich hier einfach platt machen, Alter. Ich muss hier erstmal Kohle. Ich nehme jetzt erstmal Kohle hier raus. Das stimmt, wir haben ja so viel Kohle jetzt reingeschmissen. Ich brauch Kohle für? Fackeln. Wo brauche ich gar nicht? Was ist denn das? Was brauche ich denn da? Ich schnelle das immer noch nicht, was ich dafür brauche. Du brauchst eine Kohle und du brauchst eine Holzkohle. Holzkohle, aber ich habe ja Kohle. Es ist egal, dass das selber ist, Alter. Aber ich kann keine Fackel erstellen. Ach, das ist doch Quatsch. Ach so, Fackel, ja, Kohle. Ah, ha! Meine Güte, ey. Meine Güte, ey. Das ist nur am rummeckern hier, der Kritz. Ich wecker noch gar nicht. Aber nur noch drei Stücken Fleisch. Was haben wir denn hier in unserer Fleischtruhe eigentlich drin? Ist das eigentlich gekühlt? So wegen Gabelfleisch und sowas? Ja, das ist nicht gekühlt. Also Gabelfleisch. Ja, ich glaube auch das schmeckt. Oh, Mann, warum? weil sie jetzt noch hier oder was ja du musst noch mal wieder herkommen und hier ich krieg das immer alles nicht mit weil das alles so vieles hier wieder im sucht gewünscht habe ich ja das gefühl so manche als weg sortiert hier zorn hier das habt ihr vielleicht nicht wir haben wir den jetzt hier ja verrottetes fleisch das kann man eigentlich auch loot das ist eh feuerstein leben wo kommt denn das hin alter ja pack das bei special rein oder so so papier hier glasscheibe pflaster zuckerrohr zuckerrohr ist auch essen das läuft dass meine herren meine damen das läuft hier schweinefleisch stein noch weg zack was ist das hier alles ne uhr ach das war dein tischtennis so glasscheibe und die holzachs wo haben wir denn waffen haben wir überhaupt waffen so ich frage jetzt noch mal chris bevor auch diese folge wieder endet und wir haben noch nicht einen mob gekäst ich bin ich bin gleich so weit wir können gleich starten gut kohle wo packe ich denn kohle hin egal ich packe das mal raus also wie mein raum der ist ja so trostlos aber ich muss ja sagen von außen sieht das ja alles ganz schick hier aus und guck mal da unten haben wir schon unseren ersten creeper er ist gefangen im wasser wenn er jetzt explodiert dann gibt hier alles kaputt diese spinne dann raus übrigens jetzt ich hätte schon wieder was ist ja nicht zu ja 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 aber die spinne der tod der genervt wesen und diesen creeper vor der hier explodiert wo ist die spinne ja dieses jahr mit von da was denn los mit der kristig wo die das wäre jetzt auch ein schönes haustier gewesen so an uns habe ich schon wieder ein pfeil im kopf weil ich auch schon wieder irgendwelche was ist denn hier los liegen hier so viele fischer bis ich schwein okay letzten endes wäre ich auch so weit also ich gehe jetzt wieder in unsere bude da unten rein da sind wir schon so tief haben wir echt da unten wieder ein ist eigentlich langweilig immer in die solche bude zu gehen aber egal ich gehe das auch noch mal rein na es ist ein wenig wieder nur uns essen so und ich ernte mal unser Feld hier ab das hätte ich ja auch er so was muss man auch noch eine schweine züchten Christus und damit los weiß dass ich immer Hunger haben wenn sie müssen wir hier aber dafür brauchen wir hören als das ist ein gern geben wir wussten wie der nächste edeka äh genau äh ne dafür brauchen wir möchten weil wir dann nämlich dann müssen wir lieber die Möchel genau weil der müssen nämlich die die Schweine mit angekühlt werden angelockt werden mit Möcheln oder was er ist gleich in die Stil äh natürlich mit Möcheln und was sonst ja und was eigentlich sonst eben alles gerechtigt also das an sich was ich mal keine so ein bisschen Korn anbauen aber das ist eigentlich das ist ja nicht so geil da hole ich den Gag vom letzten Mal raus äh Doppelkorn so was sind wo sind wir denn jetzt hier was haben wir denn hier schwarzes Kohle das ist schon mal ganz wichtig und das eigentlich nicht du willst es wieder nur Diamanten haben ne eigentlich brauchen wir wirklich nur Diamanten Gold und so ganzen Scheiß hier brauchen wir alles gar nicht Gold braucht man eigentlich am allerwenigsten weil Gold Werkzeuge zum Beispiel auch nicht wirklich gut sind ja wozu gibst du dann den ganzen Scheiß ja wozu es das gibt weiß ich auch nicht wenn es halt schön was goldenes hier bauen also man muss auch sagen das eigentlich für Gold kannst du zum Beispiel auch ähm sag mal äh also irgendwann kannst du dir so einen goldenen abgebauen Kraften den braucht man dann später für's für'n Final Fight quasi auch nochmal aber ha 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 Final Fight sagt das das dauert aber noch das dauert aber noch ja ich bin begeistert sonst alles noch dauert ja solange wir nicht genug Diamanten haben und nicht genug Bücher äh äh läuft die so wie nun gar nix ach so bücher auch guck mal was der mag ach nee das ist grün und das mag also bücher wäre natürlich auch ziemlich geil ich weiß aber nicht wie bei dir am ich sterbe gerade weil ich in mir lava gefallen bin ja das ist typisch ist ja nix neues bei dir ja ich rastei aus wie hört die denn auf hier ist kein wasser das schon wieder aufregt das sind ja auch irgendwie und doch nicht so aufregend das geht das geht ja auch ein bisschen der wird auch irgendwie das Smaragd weg ja das Smaragd die braucht man eigentlich auch nicht ach man ey so ist ja hier erstmal und auch ein bisschen was angebaut so das habe ich ganz hervorragend gemacht wie viel Leder haben wir wir haben einiges an Leder ne aber das hat ja das nicht ausgemacht so Smaragd habe ich Chris meine Arbeit ist getan ja ne Smaragd den äh kannst du dir also ja finde ich gut dass du den Smaragd hast den kannst du dir damit kannst du richtig tolle Sachen machen damit kannst du dir zum Beispiel an Smaragd ähm Brille bauen es mag Brille ja grüne Brille quasi wie findet man denn hier äh die ersten also ich weiß eigentlich wie man hier das finden muss natürlich weißt du das äh ich bin ja hier eigentlich der große Diamanten äh Vogel ja das stimmt du bist der größte Diamanten Vogel äh das machst du ganz toll äh ok jetzt bin ich jetzt wäre ich auch soweit jetzt geh ich auch mal in unsere Bude darunter was hast du denn jetzt die ganze Zeit noch gemacht sag mal ich habe dieses Scheiß Korn angebaut damit wir was zu fressen haben und vielleicht das war ganz genau dass ich immer nur Fleisch esse ich will kein äh 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 ja dann äh geh auf die Jagd ich geh jetzt hier runter irgendwelche komischen äh äh Diamanten finden muss die ich eh nicht finde äh ist schlecht ich geh jetzt mal naja liebe Leute ich werde hier unten wohl eh nicht mehr rauskommen wie immer halt einfach mal ein bisschen weiter suchen vielleicht kommt der Nekro da nie wieder raus äh 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 dann ist es halt so äh das ist das wäre das gut oder wäre das schlecht ja dass ich draußen das verpassen würde mal so mal so ne ne ja in diesem Sinne ich äh lange auf Wiedersehen und wir würden freuen wenn wir das nächste Mal wieder anschauen wenn das heißt wir wissen nicht was wir tun genau so ist es ich glaube jetzt einmal hier weiter ich weiß auch nicht was ich hier mache ich von die Seite glaube ich scheiße aber na gut na gut ja ja